Farben und Formen im Juni mit BMW und Mini. Ich präsentiere euch heute den BMW X2 in Gold Play Edition. Aber Herr Menti, lassen Sie mich doch den Super Mini präsentieren. Ich habe den Mini John Cooper Works in einem coolen Rebel Green mit einem Dach- und Spiegelkappen in Chili Red, dazu Pianoblack-Konturen und das alles als Dreittürer. Innen drin hat es spezielle Sportsitze mit roten Nöden, die passen zum Dach, dazu ein Sportlenkrad und Einstiegsliste von John Cooper Works. Und jetzt bin ich wirklich auf den BMW X2 in Gold Play Edition gespannt. Die Farben und Formen in der faszinierendsten Umsetzung. Der Grill, die Felgen, die Spiegelkappe, Galvanic Gold, das Sanremo Green Metallic Delacke und das 50 Jahre M-Emblem. In der Form des X2. Das ist eine Umsetzung, die Sie in das Gleiche suchen. Das Farbkonzept in Galvanic Gold geht weiter im Leder Dakota Schwarz mit der genialen Nöde, im Innenteil vorgesetzt und die Liste vom Interieur mit feinen goldigen Strichen verziert. Die Farben und Formen in der Extraklasse. Seit Vessler Wiel AG faszinierend.